Ihr Lieben, ich möchte euch nur kurz mitteilen, dass es jetzt mein E-Book, das Begleitbuch zu meiner Challenge, die am Samstag startet, mehr Energie für deinen Mama-Alltag jetzt bei Amazon gibt, für nur 99 Cent. Das habe ich vor allen Dingen für die Leute gemacht, die nicht auf Facebook sind oder die aus anderen Gründen nicht an der Challenge teilnehmen können. Ihr findet in dem Begleitbuch alle Infos und sogar noch mehr, wie die, die ich auch in der Challenge in meinen Live-Videos verbreiten werde. Ihr findet dort auch alle Aufgaben, die auch die Teilnehmer der Facebook-Challenge machen können. Das heißt, ihr könnt da wirklich eins zu eins auch mitmachen, könnt mich dann auch gerne jederzeit kontaktieren. Ich setze euch den Link zum E-Book, mehr Energie für deinen Mama-Alltag, unten in die Infobox. Und weil die Frage bereits aufkam, ihr braucht nicht unbedingt einen Kindle, um das E-Book lesen zu können. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und bis bald. Tschüss!